Ich meine, Katze scheint ja jetzt auch unter die Fitnessstudio-Gänger zu gehen. Also einmal ist er schon da gewesen. Es geht los. Du bist direkt ein Mord passiert. Oh no, wer war das? Wer war was? Mord. Juli, wer war es? Das war ja instant am Anfang. Ich bin ein Boomerang. Der hat am Dach gestorben. Der Boomer-Blauli. Was hast du hier gemacht? Warum hast du den getötet? Oh, hier ist der Boomerang. Ich habe niemanden getötet. Nice. Hallo. 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 Ah, und Knäcki auch. Oh, oh. Und ein Indoor von uns ist auf Karte. Ich glaube, es ist sogar in der Gefriertkammer. Das ist so schwierig. Friert man hier nicht mehr? Man friert hier nicht mehr. Ich hasse diesen Zug. Leder. Wieso? Wieder da. Hallo. Leder geht irgendwas nicht. Guten Tag. Attention. Attention, please. Ist das hier der Zug nach Hogwarts? Baru, hör mal auf. Nein. Wieso denn? Für böse Biss. Gobot ist verpackt, leider. Ich habe das Gefühl, hier ist keiner. Gobot ist verpackt? Nee. Sauli. Hey, hey, hey. Hey, hey, hab ich ja? Baru? Ja. Okay. Hallo, Baru. Weitere erschossen. Der Jackal kann keinen Zeitgick gemacht haben. Und wer ist jetzt noch der andere Bösi? Ich kann ja nicht sehen, wer tot ist. Wirst du mir sagen. Maggie. Was macht Baru? Ja, warte mal. Die Waffe, irgendwann treffe ich damit auch. Moment. Wie schießt du mich denn? Da muss ja noch. Baru kommt als Vendetta wieder. Nein, 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 nein. Von meiner Tür wird auch noch geschossen. Ah, ja gut. Es gab noch den Vendetta. Hat nicht gereicht. Der ganze Spiel ist voll mit Waffen. Weil Louis spielt mit der beschissensten, die es gibt. Der Anfang war eine freche Freckheit. Hallo, damit kann ich mich nicht verfehlen. Naja, blau. Das hat ja gut geklappt bei Mel. Dass du mich nicht verfehlen kannst, hast du gerade ziemlich gut verfehlt. Der Jackal war auch schnell weg. Da ist ein Schatten. Ist der von dir? So eine Kamerafahrt. Oh, direkt in dem Augenblick, wo ich die Mikrowelle dorthin lege, um die Ecke kommen. Ich war doch immer bei Legens, Maggie, ob ich dich zu einem Sidekick baller. Deswegen habe ich dich sofort geschossen. Aber du bist so erbarbarlos. Juli, bist du eigentlich blind? Der hat das vor deinen Augen her geschossen. Ja, natürlich. Aber ich wurde direkt danach erschossen. Ja, da musst du früher schießen. Da musst du eigentlich, batz. Da hieß so, oh nein, Klamm und erschossen. Ich hab dich erst confirmed für deine Gerechtigkeit. Ja, warte mal. Maggie, schieß doch mich. Da musst du mich nicht confirmen. Ich stand vorher vor dir. Sie wollte dich confirmen für was? Ja, sie sollen Seelenfrieden. Ich bin nicht sicher, ob er tot ist. Erstmal confirm. Ja, ich war schockiert. Ich dachte, wer macht sowas. Ich bin schon Enno, er lügt. Ich bin aber auch Enno. Juli, Thomas, die 10 Tabs ist freilich. Thomas! Was sagst du, Shushi? Oh, da hinter uns ist was passiert. Es wurde erschossen. Oh, wieder sterben. Wer ist das da? Wer ist das? Da liegt eine Leiche hinter dir, Smaggy. Doch. Hinter Smaggy liegt eine Leiche und er will sich confirmen. Aber stehen sie dann an einer kügelsicheren Tür. Ich kann nicht auf ihn schießen. Er ist einfach nicht scripted. Da ist er wieder. Walui ist das, nicht Smaggy. Nein, ich hab nichts gemacht. Das ist nicht Smaggy, der Tür. Aber du hättest wirklich nichts gemacht. Aber hier liegt trotzdem die Leiche. Aber Mel hat Balui gemacht. Es gibt Worte. Ich denke, es war Balui. Dann ist er hier weggerannt vor mir, hier oben. Das war schmarrös. Mel hat auf ihn geschossen. Hallo, Balu. Das ist gerade richtig. Hallo. Ich glaube, Balui hat eben hier gerade Smaggy erschossen. Das ist ja frech. Ich glaube eher, dass Maggie Balui erschossen hat. Hä? Nein, Mel steht doch sogar vor der Leiche. Was macht ihr hier? Da, du, du Sau. Du Sau. Nee, nee, nee. Äh, nein, nee, nee. Shoshi. Okay, Shoshi ist auch böse. Shoshi ist auch böse. Du hast ihn erschossen. Nee, nee, Mel hat mal Erdmel erschossen. Hey. Items, tut mir leid, wenn du lieb warst. Aber da kannst du dich am einmal mit einem Launcher vor mir stehen. Da könnte Leute sterben. Hätte auch noch kaufen sollen. Ah, nee, ich glaube, ich konnte gar nicht kaufen. Ich bin wieder da. Hallo, kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Nein. Warum? Alter, Shoshi, beim Ballern sogar mit dem T-Bag für richtiges... Mel, warum hast du mich erschossen? Weil ich doch superböse war. Und dann muss ich doch alle erschießen. Wir sind doch in einem Team. Wir sind in einem Team, Mel. Also ich dachte, der Supervillain ist eine Traitor-Rolle, Mel. Nein, der Supervillain gehört mit zu den Traitern. Mel, du bist doch auch unsere Rolle. Er schießt, ich bin doch super. Also ich fand's gut. Sorry, Alter, ich laufe da lang, der stirbt immer. Du kommst auf einmal hoch mit dem Welle. Ich fand das einfach, wie es ist. Es war was Persönliches. Ich hätt's auch getan. Nein, ich so schnell weiter. Alles ist gut. Ole, ole. Schön, dass ihr alle da seid. Ole, ole, ole. Ich war am Überlegen schon, woher der Skript schon hat. Ich hätt da auch nur auf die Narben geachtet und nicht auf die Rolle. Da hab ich auch von hinten weggefließt. Ich hätt dich direkt erschießen müssen, als du allein die Frage gestellt hast. Und was wolltest du machen? Hättest du gehofft, dass ich auf Kabel bin oder was? Da schießt schon jemand. Ja, ich bin in das Herz rein. Aua, ich werd von hinten erschossen. Sie ist runtergefallen. Ich glaub, Shoshi ist tot. Weil sie grad geschossen hat. Auf wen? Auf mich. Und dann ist sie. runtergefallen. Ja, das war's. Ich hab Julie erschossen. Ich hab das erste Mal mit der Digi gemacht getrackt. Nice. Und dafür musste die Person nur zwei Stunden stillstehen. Ja, hat sie auch. Maro, nicht schießen. Apropos Schisch, ich bin nochmal ein einzelner Digi-Geschoss. Ich würde nicht schießen. Ja, klar. Den Digi-Geschoss hab ich aber auch gehört. Ich hab wen erschossen, Alter. Ich glaub ich gar nicht. Er ist aber echt zieltot. Da hinten ist noch der andere. Also Julie Versal war im Post. Da wird sie gekillt. Der ist unendlich kluft und kann alles, was erbringen. Aha. Attention, please. Attention, please. Einzender Digi-Geschoss. Wolltest du gerade auf mich schießen? Wenn ich schießen würde, wärst du tot. Das glaub ich nicht. Guck. Du hast nach oben gezielt. Da steh ich nicht. Steh hier. Siehste? Weil ich nett bin. Hab ich auf dich gezielt oder nach oben? Ja. Unter euch wird gerade richtig viel geballert. Nee, das bist du, Daniel. Das bin ich, ja. Ja, und? Unter euch wird viel geballert, was denn das auf dem Haus sagt, wenn du dann schießt. Ey, komm, wir gehen zu Daniel und gucken mal, was passiert. Vielleicht hat er was vorbereitet. Geht ihr mal vor. Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin in der Falle. Ich bin tot. Welche Falle? Never gelogen. Wolltest du gucken, wie du reagierst. Also du wolltest einfach nur baiten. Hier ist es gar nicht. Alter, schleich dich doch nicht so an, Maru. Hallo, Maru. Guten Tag. Oh mein Gott, Maru ist einfach umgefallen. Hinter. Ihr seid so. Welche Falle? Oh mein Gott, Maru ist einfach umgefallen. Mel hat geschossen. Hättest du gern? Oh, ja, Schnee. Bin wieder am Leben. Frohe Weihnachten von Gmod Networks. Ja, ist ja auch bald wieder so weit, ne? Ja. Noch viermal duten. Nee, einmal. Halt, Stopp. Oh, meine gute Ex. Mit der Ex rasiere ich. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year. Aber warte mal, Claire, möchtest du auch auf die Bühne was singen? Absolut nicht. Absolut nicht. Aber es klang gerade gut. Nee, nee. Nicht eine Sekunde. Mir lohnt. Bisschen unheimlich. Das sieht aus der Superfabrik. Einzelner Diegelschuss da hinten schon wieder. Ich bin hier sicher. Das ist das Schöne. Wenn ich eine Runde hole, magst du dann einen Kuchen für mich? Malou, wir müssen immer noch über die Gage für mich reden. Einer wurde zum Sidekick geballert, eindeutig. Hallo. 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 Maru wurde zum Sidekick geballert. Ja, eindeutig. Und Juli. Geht's dir gut? Nee, nee, nee. Und Juli, wir haben das Dracare-Team. Wild. Hallo. Hallo. Stand auf einmal Maru im Gesicht. Die Walter 2000 ist genau meine Waffe. Warte, hier geht's nicht lang. Look me. Hey. Ah, hier kann ich hoch. Hochgelaufen. Da ist jemand da. Mel, warum liegen jetzt die Leichen um mich herum? Oh Gott, die liegen gar keine so Nase. Es werden Kristalle zerstört. Hier wurde jemand erschossen. Es ist Mel. Ja, Mel ballert rum. Nee, sowas mach ich nicht. Doch, Mel hat gerade... Ich treff doch nicht. Mel ballert rum. Mel trifft nichts. Doch, und zwar hast du... Blaudi versucht, seine Entfernung zu mir zu reduzieren. Ich will teils nicht mehr. Ich versuche langsam zu laufen. Warte, so? Nee. Mel ist unten im Mittelteil. Du glücklich hast. Wie schnell schaffst du es vom Ende des Zuges bis nach vorne? Das Problem ist, diese Scheiß... Dann werden Kristalle zerstört. Es ist Mel. Was passiert hier gerade? Ja, es ist Mel. Sie ist oben im Hauptteil. Ich glaube, das war wirklich jemand anderes gerade Mel, oder? Du buffed. Ja, ja, ich glaube auch, dass das Mel war. Da unten ist Mel. Da unten ist Mel. Ja, ja, da ist... Und, und Schorsi. Ah, Schorsi ist tot. Der hat mich erschossen. Leck nicht die. Fast. Mel ist unten. Nee, Mel ist unten. Schorsi, das braucht schon ein gewisses Talent schlechter, mich zu treffen, als ich die. Also, das ist schon... In meinem Alter. Hey, Blaudi. Äh, Blaudi ist umgefallen. Ich schwör's. Oh. Also, er ist umgefallen. Ja, aber es lag an dem Kopfschuss, glaube ich. Wir haben Bumerang. Bist du ernsthaft? Der ist Highkick geworden. Ah, nee, ich bin jetzt wieder aufgestanden. Nicht so lange nicht. Licht aus. Also, die hat alle weggemacht einfach mit einem Auge da oder was. Eine Farmer. Die war gar nicht so schlecht. Hey, das war voll gut. Ich hab mich sehr gefreut. Voll gut, ja. Ach, ne. Treffen üben wir noch. Aber diesmal wusstest du ja auch, wer in deinem Team ist. Also, du warst schießt. Ja. Also, ich hab mich sehr lange leben lassen dafür, dass du die ganze Zeit mit dem Kopf voraus in meinem Fadenkreuz standst. Ja, und? Ich hab das nur aus Liebe für dich gemacht. Ich dachte, oh, was sich neckt, der schießt nicht oder so. Was sich neckt, er schießt sich. Aber Items schießt immer auf mich. Ja, das ist, äh, ich dachte auch, mit dem alle wäre das Memo angekommen. Bin ich ehrlich? Was für Memo? Memo, Judy muss immer sterben. Komm mal in deinen Spam-Ordner. Okay. Wir fangen. Nicht töten. Ja. Wenn ihr das nicht habt, was ich hier habe. Du hast auch... Smeggy hat's gesehen. Ja, der wusste aus. Smeggy sieht's. Bei World? Was passiert da? Mich hat... Da ist ein Prop gewesen. Mich hat ein Bild am... Mich hat ein Bild getötet. Das ist da oben. Was machst du da oben? Hier muss irgendwas... Irgendwas muss hier gewesen sein. Das stimmt gar nicht. Das war Sims. Hier wurden mehrere Leute erschossen. Von dem da. Hallo. Von Knechti, der jetzt in der Zeit ist. Der hat da oben drei Leute erschossen. Ich bin mal ohne gelegt. Ey. Ich würde so gerne wissen, was mich da gekillt hat. Es muss ein Prop gewesen sein. Ich bin das nicht. Das Problem ist... Ich weiß nicht, woran ich erkenne, ob da jetzt ein Coin drin war oder nicht. Achso. Tut mir leid, man. Warte, warte, was? Das willst du nicht mehr. Vorsicht mal, Luke, das ist Meloder. Ich bin beschossen von Shoshi. Shoshi ist es. Ich hab doch gesagt, ich bin zu Meloder. Juli, würde ich jetzt auch behaupten. Shoshi hat Wehen gekillt. Jetzt natürlich die Frage, wer hat hier wen getötet? Da war Kneggy zum Psychic geschossen, aber Kneggy hat sich gecheckt, hat ihn sofort erschossen. Und dann... Okay, ich höre Schüsse. Wer hat gewonnen? Es gibt einen Vendetta. Nein, hau ab, hau ab. Nee, Knecht, ihr habt mich nicht erschossen. In dem Gang muss ein Prop gewesen sein. Ich hab mit der Shotgun geschossen und die Welt hat mich mit 6 Millionen Schaden umgebracht. Ich hatte Mirror drin. Aber würde ich dann so viel Damage an mir machen? Also muss ja. Ja, 6 Millionen. Also, ey, mich hat Smeggy damit auch aufgenommen. Shoshi, das ist an seinen Kopf. Starks, Maggie. Das war gut, ne? War gut, ja. Ich hab mich wie in so einem Actionfilm gebrochen. Ich hab alle Optionen durchgegangen. Ich wär nicht darauf gekommen, dass du die Klasse, die benutzt hättest. Ich hab wirklich einen Prop gesucht. Ich wär auch nicht drauf gekommen. Sag ich, wie es ist? Das hat mich überrascht, ja. Also mit einer Negev treib ich dann auch noch was. Ey, ich hab mich gefühlt wie in so einem Actionfilm, weil ich hör nur, wie du so richtig trocken sagst, Smeggy hat das beobachtet. So nach der Woche, wir müssen ihn umbringen. Kler, Kler, schieß doch nicht auf dich. Was war das denn dann? In der Slowmo. Mirror hast du dir nicht drauf gekommen. Okay, Smeggy. Ich bin wieder weg, wenn du in der Slowmo nicht triffst. Wenn du jetzt nicht Mirror bist. Das heißt, ich gebe dir aber nicht, dass du mich gekehlt hast. Ich hab mich getötet. Weil Balué auf mich geballert hat. Ja, Moment. Ich hab auf ihn. Jemand ist runtergeworfen. Ich hab ihn umgebracht, weil die beiden verletzt waren. Ist okay, Balué. Es ist Knechti. Gucken wir jetzt, was sie waren. Das ist jetzt nicht unglaublich. Knechti hat aber auch dauerböse. Aber das ist in Ordnung. Oh, scheiße. Unsichtbar. Hast du die Wege nicht? Bin wieder da. Scheiße. Gut, das war knapp. Wieso? Was war das für ein Schatten? Wer kommt da mit der Sidekick-Tiegel rein? Wer stand da vor der Tür? Ich würde ja gern durch. Lass mich mal. Ich geh schon. Balué und Shoshi haben mir ganz merkwürdige Vibes hinterlassen in diesem Raum. Also ich würde sagen, Shoshi ist... Wir haben da nur ein bisschen Blut liegen lassen. Ich bin nicht sicher, ob Shoshi nicht böse ist, weil sie nämlich Claire und Dings umgebracht hat. Ja, hier rechts in dem. Dem hier. Ach, Balué. Dando ist safe. Dando ist safe. Der hat den Fretter, den hinterlassen nach dem Konfirm. Dann safe. Hallo. Hier ist ja Teil des Zuges, wo die Leute safe sind. Ja, geh du auf den Teil, wo die Leute... Nee, du willst nicht aufschauen. Alle 30 Sekunden werden wir explodieren. Deswegen schön in den Gruppen zusammen rumlaufen. Alle, die nicht safe sind. Mel und Baloui sind jetzt im Team. Mel, bleib mal hier. Ja, Mel und Baloui sind im Team. Komm kuscheln. Okay. Komm kuscheln. Komm. Ja, da lauft doch nicht weg. Wo ist er hin? Wo seid ihr denn? Seid ihr oben oder unten? Hallo ist... Ach, der ist nicht mal nur... Komm, kuscheln. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Irgendeiner von uns wird explodieren. Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nichts. Wer wird es sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle Traitor. Alle Traitor. Was? Jawohl. Gut geküscht, ihr Freunde. Du wrong. Kuscheln. Ich habe die Höhle geholt, oder? Das gilt für mich, oder jetzt? Nee, du bist gut explodiert. Sehr gut explodiert, ja. 10 out of 10. Das ist ein Ort für meine Teamkiss bekannt. Ja, ja, ich habe... Oh, man kann hier runterfallen. Das will ich nicht. Nee, du kannst hier runterfallen. Sag mal Baloui. Ja. Die Aussage, er war verletzt, deswegen habe ich ihn umgebracht, hat er gereicht. War ganz gut so. Hat eigentlich schon mal... Da kann nichts Schlimmes bei gewesen sein. Also ich hätte sie dafür belohnt. Du hast mich ja angeschossen, warum soll ich dich noch in Schutz nehmen? Mich nicht? Machst du full life? Ja, habe ich nicht. Ich habe gar nichts. Ja, du wollen das aber. Wir stehen uns alles noch ein bisschen in ihrem Weg. Bitte, bitte, Leute. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich schieße gleich. Ich denke, ich habe damit gerechnet, dass Shoshy anfängt. Oh. Was? Ja. Warum reden alle so komisch durcheinander? Wir haben alle Jakale vernichtet. Was ist das denn hier? Kaste Jakal und Baloui Jakal. Oh, Habe, ist dieses Team denn entstanden? Trauerlich da oben. Guten Tag, guten Tag. Nicht während deiner Schicht. Wer ist das dahinten? Wer ist dahinten, der wegrennt? Ich. Ich bin runtergerannt gerade. Warum schießt du auf ihn, Dalo? Auf wen? Okay, Dalo, Dalo ist es, Dalo ist es. Du kleines Schwein. Ey, du auch? Jolie, du auch? Nein, habe ich auch reingeschossen. Maggie ist tot. Das war nur ein Bait. Das war nur ein Bait. Dalo lebt noch. Maggie lebt noch. Ich gehe ihm hinterher. Ich gehe ihm hinterher. Ja, töd ihn. Hinterher. Jolie! Ja, nein, das Schwein. Jolie war noch gar nicht da. Jolie, nein, noch nicht. Jolie, bist du ein Schwein, wirklich. Also ehrlich. Jolie, hast du gegen Klör verloren? Nein, sehe ich so aus? Oh, nein. Das lief nicht so gut. Das war nicht mit Absicht. Nein, du nicht. Du wirst mich nie finden, du Lara. Oben heilt sich jemand mit einer... Lara. Lara. Jetzt da oben. Und wie kriegst du. Verzieh dich, Klör. Du, wir weißt doch nicht mal, wo ich bin. Ja. Du verlierst Leben. Ja, Knechti. Er hat mich gesucht. Wie unfreakin' lucky das war. Er hat mir den ersten Treffer gegeben. Mein Deadringer ging an. Mit Linksklick hab ich nicht geschossen, sondern mich wiederbelebt. Das war einfach Pech. Knechti! Warum holst du mich um? Ich hab das komplett hinter Kalt ihm gesuchtet. Das war nur ein Reflex. Das war nur ein Reflex. Reflex hast mich komplett weggebrochen. Das war gerade Pech. Katze, du hättest dich mal umdrehen sollen für einen Moment, dass Klör die Hildkicker gestanden hat. Ich hatte einen Deagle und einen Sidekick-Deagle. Ich schieß ihn mit Sidekick-Deagle an. Schieß danach mit der Deagle weiter in deine Richtung. Klör sieht das. Du hast getraut mit dem Deagle. Er war Fröhle auf Ruhe nach. Nein! Er war Fröhle auf Ruhe nach. Ich war auf jeden Fall gefüllt bis oben hin. Er hat Blut. Aus ihm rauskommt. Kein Damage. Das ist vielleicht ein Einheitlicher. Das war ein Anseigefeder bei dir. Oder ist es einfach ein fucking 16-Tick-TTT. Aber das ist okay. Ich lag doch vollkommen richtig. Da lag es aber gerade schweig. Das wäre aber in dem Fall 100%ig ein Inno-Kill gewesen. Ja, aber das ist richtig. Ich habe auf dich geschossen, weil ich dachte... Mel, kannst du dein Kristall... Welche? Walui? Walui, was machst du? Zeig mal. Walui, ich schieß dem Zug einfach auf Mel und mich. Oh, ja, das war's auch nicht. Ah, nee, das war's wieder. Mel hat es verdient. Warum hat Mel das verdient? Nein! Mel, hast du deine Klasse schon ausgewählt? Ui! Ui! Welche hast du zur Auswahl? Äh, Huhn, 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 Huhn. Nimm mal Conceal, dann können wir bei Luis Leiche weg, Mann. Ich bin weg. Das war ich nicht, ich hatte einen Huhn gedroppt. Dankeschön. Er schießt mich hier mit der Aktion. Auf frischer Tat. Komm, 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 ich habe keine Angst. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Aua. Oh, wer macht denn das auch mal sein? Oh, das Huhn, das Huhn hat gewonnen. Das Huhn hat gewonnen. Das Huhn hat gewonnen. Das Huhn hat gewonnen, da muss es Dalu sein. Hier ist doch ein Huhn. Ah, 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 ah. Ah. Ach, schade. Wenn es dich berührt, jetzt, ja, es ist rot. Ich hätte gerne. Ich habe ihn, alles gut, wunderbar. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, kein Problem, kein Problem. Leute, ich habe uns, ich habe uns, der war ein Jackal. Der kommt damit durch, mit dem Raketen. Wo ist das Huhn hin? So nicht. Das ist explodiert, oder? Das muss dann ja wohl. Ich habe Knechti gekillt. War er auch, der Jackal? Ich habe Jackal und Traitor gekillt. Sieht ziemlich gut aus. Balui, Balui. 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 Es ist ein guter Gang, da muss noch einer rein. Ah. Hier durch. Komm mal, komm mal eben, Maru, bitte. Wir haben da so eine Frage an dich. Ne, ich habe keinen Bock davon an. Yay, wurde mir voll gehalten. Balui. Balui, das ist mich zuerst. Okay, Ladies first, nochmal drauf. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind, weil ich habe mich weggeportet. Wie weit bist du weggelaufen? Bin ich weggelaufen. Glaube ich überhaupt in die richtige Richtung, Balui? Wie du, wie in, hä, bist du, du warst doch gerade hinter mir, neben mir. Ja, weil ich mich zu dir geportet habe. Ja, aber wir sind doch hier mit dem Zug. Oh ja, wir haben sie auch erledigt. Ja, Balui. Letzte Runde. Aber Baluis Support auch richtig gut. Baluis sagt, ich weiß nicht, wo ich bin. Baluis Aussage, wir sind doch im Zug. Richtig stark Baluis. Ich habe nicht vertrauen in Menschen verloren. Du würdest mir nur sagen müssen, in welche Richtung es zurück in die Mitte geht. Ja, danke, Mel, dass du dein Kristall gestellt hast. Wow. Ich habe wirklich, ich habe kein Vertrauen mehr in Menschen. Dann behalte das Vertrauen in Katzen. Ich verstehe gar nicht, ich habe Mel so viele Schüsse in den Kopf gegeben, sie sind nicht gefallen. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Also du hast, das waren sehr viele Einschüsse in den Wänden und Decken. Das waren alles Kopfschüsse, ganz sicher. Das kann man im VOD nachdenken. Mel hat das ja nicht mal als Angriff gesehen. Hallo. Oh, ich bin in der Lauf. Hilfe. Das habe ich nicht vollstanden. Ich will hierbleiben, lass mich in Ruhe. Ja, Schussi ist erstmal am Stoppen. Oh, Marius ist weg. Marius ist unsichtbar, nicht schlecht. Vielleicht die kommen an die Treppe hier irgendwo hoch, also die Leiter nach außen. Kann man die irgendwie hochkommen? Also mal wirklich jetzt. Einzelner Schottkern, tschüss. Wieso, wieso Baluis schon wieder? Oh, ich bin Baden. Warnbar. Was ist passiert? Ich, äh. Mein Kristall wurde zerstört. Finde mir! Katze, Katze ist Superbillen. Hallo. Hallo. Ich bin fein. Hallo, ich schieß dir mal ins Gesicht. Sveggie, warum willst du mich? Nicht, du weißt doch was. Da hab ich ja nicht mal das getroffen. Da ist doch irgendwas kaputt. Hier, wie, wie geht man das Ehre? Hallo, schieß mich doch nicht ab. Ich mach doch gar nichts. Was soll das? Nein, nicht noch. Du hast gesagt, ich soll dir ins Gesicht rießen. Ich hab gesagt, nur einmal. Okay, Schoffi war nicht verbrungen, aber sie war auf alle Fälle einkaufen. Und irgendjemand hier hinten und am Zug ist noch Superbillen. Wo war denn dein Kristall vorhin? Ich bin dann hier vorbeigelaufen. Da, wo du hingelaufen bist, da war mein Kristallkatze. Oh. Aber ich war das nicht. Warum sind hier so viele Leute tot? Mel hat eskaliert. Ja, ich hab Clure erschossen, weil er die erschossen hat. Idens ist Superbillen. Julie ist Topium. Was? Julie ist Topium. Wie kommt ihr da drauf? Topium. Das weiß ich ja nicht. Ich hab gerade Julie getötet. Es tut mir leid. Au, das ist okay. Julie war auch Jakar. Okay. Mel ist unter dir. Mel, ich bin nicht unter dir. Er versucht, die zu playen. Ich weiß nicht mal, wo unten ist. Versteck mich einfach. Das ist eine gute Idee. Die mag ich. Trader-Raum, Katze? Nee, eigentlich nicht. Ich wusste nicht, dass der da drin ist. Oh Gott, da ist ein Finger dran. Der Fingerpack ist zurück. Der alte gute Fingerpack. Hier, vor dir. Ah, war hinter dir. Hab ich vergessen. Alter, da meldert aber auf. Das ist ein bisschen guter. Das ist ein bisschen guter. Das hat in dem Moment, glaube ich, wirklich noch nichts gemacht. Weißt du, ich stand da und wollte da wirklich hoch. Und dann kam sie. Hunde, Hunde. Ich wechsle mal die Maps. Maggie, was war da los?